Moin Leute und hey everybody! Wie gestern schon erwähnt hatten wir ein kleines Problem mit dem Reservoir am Kühler. Da hoffe ich, dass wir noch bis zu 130 Kilometer kommen. Das Problem ist, es ist auch richtig im Arsch der Welt und Offroad. Verlängerung, Loch durchgeschossen, nein, bohrt, Schraube rein und zumindestens hält das Teil jetzt wieder an der Halterung. Das ist nämlich rausgebrochen. Und dann schauen wir mal. Wenn ich noch zwei Schrauben finden würde, dann wäre das noch besser. Aber man kann nicht alles sein. Zumindest wieder einmal. Da ist die neue Halterung und da unten habe ich einfach mit einer dicken Schraube die Sachen festgeklemmt. Besser als neu. Nur mal hoffen, dass das 130 Kilometer hält. Ansonsten haben wir Kack. Schon sehr früh brechen wir nach einem schnellen Imbiss auf und verlassen den Le Grand National Park. Kurz vor der nördlichen Grenze des Parks liegt nämlich Pine Hill. Pine Hill wurde von William und Steffen Ponton sowie John Sharp 1874 entdeckt und so nach dem dort vorkommenden Piniebinder. Es ist glücklicherweise noch früher morgen, als wir diese alte Städte erreichen. Denn die Hitze im Wind stillen, baumbestandenen Outback Dengel schon gnadenlos. Wir streuchen in der Gegend umher und finden die Ruinen einer einstigen Homestead. Fragmente eines überlebenswichtigen Dammes sowie eine Wasserleitung aus Felsplatten. Darüber hinaus entdeckt Katrin unbenannte Gräber von zwei Menschen, die man damals durch Zufall hier erschossen fand. Das war üblich, das Erschießen. Und massig Wasser in den Vertiefungen des felsigen Untergrundes. Die üblichen Feuerstellen mit zivilisatorischen Artefakten der Neuzeit sowie Dosen garnieren die verlassene Siedlung. Außerhalb des Nationalparks gibt es eine weitere Siedlungsstätte, der Ralina. Das Haus ist aus Stein mit dem heute immer noch traditionellen und scheinbar in Australien favorisierten Wellblechdach und noch sehr gut in Schuss. Es befinden sich zwei Betten darin, ein Tisch, ein Kamin, zwei Stühle, wo angeblich Schab, das weiß man aber nicht, und die beiden Pontons gewohnt haben. Drei Leute, zwei Betten, zwei Gräber. Wir wollen hier eine Nacht verbringen, denn die Ruhe der letzten Bleibe hat uns gut getan. Im Gegensatz zu unseren anderen Expeditionen ist die absolute Stille hier in Australien irgendwie unheimlich. Kein Wind, kein Geräusch, keine Tiere, ein totes Land. Die restliche Strecke zum Airy Highway am folgenden Tag kann nur so beschrieben werden, dass wir ununterbrochen Toyota und unserem Zahnarzt danken, eine solch klasse Arbeit hingelegt zu haben. Denn es ist eine Waschbreckpiste mit übelsten Schlaglächern vom Feinsten. Am letzten Zaungatter vor dem Airy Highway waren jede Menge BHs und Unterhosen befestigt. Warum das so ist, bleibt uns verborgen. In Richtung Osten nach Südaustralien, also nach rechts, fängt sofort hinter der nächsten Kurve die weltweit längste gerade Straße an. 163 Kilometer Schnur steigt es geradeaus, wird auch die 90-Miles-Straight genannt, um die Nullerbohr zu überqueren, 1600 Kilometer. Wir biegen nach links ab, zum Baladonia Roadhouse und weiter nach Norsemann. Solltet ihr Fragen, Vorschläge oder Wünsche haben, lasst es mich bitte wissen. Wenn ihr den Kanal mögt, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und bitte abonniert den Kanal, um mehr zu sehen.